Hallo ihr Lieben, heute will ich mal einen kurzen Blick auf einige unserer Weihnachtstraditionen werfen, denn schon im Mittelalter feierte man ja das Weihnachtsfest, genau genommen schon im vierten Jahrhundert. Allerdings geschah das zu dieser Zeit nur in der Öffentlichkeit Märkte, festliche Umzüge und natürlich gehörte der Kirchengang dazu. Erst ungefähr vor 150 Jahren haben wir angefangen, Weihnachten in Familie zu feiern. Ja, und was gehört denn unbedingt dazu? Zum Weihnachtsfest. Der geschmückte Weihnachtsbaum oder Christbaum. Aber wie lange gibt es schon diese Tradition? Manch einer meint, es sei eine christliche Tradition. Allerdings geht seine Geschichte viel, viel weiter zurück. Denn man vermutet, dass er aus dem Baum Iktrasil entstand, dem Weltenbaum oder der Weltenesche, welche von den Wikingern und Germanen verehrt wurde. In Straßburg wurden bereits 1535 kleine Eiben, Stechpalmen oder Buchsbäume verkauft. Zu dieser Zeit gab es bei den Protestanten aber schon den geschmückten, großen Baum als Weihnachtssymbol. Die katholische Kirche aber lehnte ihn noch ganz lange ab und bezeichnete ihn als heidnischen oder unreligiösen Brauch. Wann aber stand in Deutschland der erste geschmückte Baum? Die ältesten Belege für einen geschmückten Baum stammen aus Freiburg. Dort hat man im Freiburger Heiliggeistspital einen Baum mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen behängt, der dann an Neujahr geplündert werden durfte. In Bremen steht in der Zunftchronik des Handwerks aus dem Jahre 1597, dass sie einen Baum schmückten. Aber auch im Elsass haben evangelische Christen schon um 1600 damit begonnen, einen Baum mit Äpfeln und Oblaten zu schmücken. Ja, und daraus entwickelte sich dann der geschmückte Weihnachtsbaum, so wie wir ihn heute kennen. Aus alten Zeiten oder von alten Abbildungen kennt man auch noch den Fliegenpilz als Dekoobjekt für den Adventskranz oder den Weihnachtsbaum. Dieser rot-weiße Pilz war ein heiliger Pilz für die Schamanen. Sie nutzten ihn für ihre visionären Reisen und verehrten ihn. Die rot-weiße Farbe des Fliegenpilzes sind ja auch die Farben des Weihnachtsmannes. Aber auch die Adventszeit wurde früher völlig anders verlebt. Ursprünglich war sie als Fastenzeit gedacht. Und heute ist es eine Zeit des – nun ja, ich rede jetzt mal nur von mir – eine Zeit des Naschens, des Sich-Verwöhnens. Neh mal im Ernst, wer von euch fastet denn in der Adventszeit? Da bin ich dann doch ganz froh, dass sich das Brauchtum im steten Wandel befand. Und wusstet ihr, dass es den Adventskranz erst seit 1839 gibt? Ein Hamburger hat ihn erfunden, der Erzieher Johann Hinrich Wichern. Er baute damals einen Kranz mit 23 Kerzen, um seinen Zöglingen die Wartezeit auf den Heiligen Abend zu verkürzen. Ist vielleicht aus dieser Idee nicht nur der Adventskranz, sondern vielleicht auch unser Weihnachtskalender entstanden? Und dann die erleuchteten Fenster in der Weihnachtszeit. Früher waren es vorwiegend Schwippbögen. Und dieser Schwippbogen wurde 1740 von einem Herrn Teller im sächsischen Erzgebirge erfunden. Und von dort aus ging er um die Welt. Und in Thüringen pflegt man zum Beispiel eine Tradition, die man das Gurkensuchen nennt. Die war mir völlig unbekannt. Und man sagt, dass diese Tradition aus den USA importiert sei, aber dort als sehr alte deutsche Tradition gilt. Man versteckt also eine Weihnachtskugel in Form einer Essiggurke im Baum. Und die Kinder müssen sie am Heiligen Abend suchen. Wer sie zuerst findet, bekommt ein zusätzliches Geschenk. Aber auch Thüringen ist bekannt für den Christbaumschmuck. Und der Legende nach stellte in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Glasbläser, der sich die teuren Früchte für den Weihnachtsbaum nicht leisten konnte. Dieser stellte sich diese Früchte aus Glas her und hängte sie an seinen. Und so sollen die Weihnachtskugeln erfunden worden sein. In den deutschsprachigen Ländern finden wir viele, viele unterschiedliche Bräuche. Zum Beispiel stellt man im Harz einen Besen vor die Eingangstür zu dem Zweck, die Hexen und bösen Geister abzuhalten, das Haus zu betreten. Manchmal findet man ihn heute noch als Dekoobjekt an den Eingangstüren. In Süddeutschland gibt es das Adventsklopfen. Da gehen Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus, klopfen mit einer Rute gegen die Tür und wenn man ihnen öffnet, dann singen sie Lieder oder tragen Gedichte vor. Sie werden mit Süßigkeiten oder ein wenig Geld belohnt. In Tirol holt man sich am 4. Dezember die Zweige von Apfel- oder Kirschbäumen ins Haus, gibt diese in warmes Wasser und stellt sie an einen warmen Ort. Tragen diese Zweige bis zum Heiligen Abend Blüten, dann hat man Glück im kommenden Jahr. Und in den zwölf Raunichten ab dem 24. Dezember, so glaubte man früher, seien die Tore zur Anderswelt geöffnet. Die wichtigsten Nächte in dieser Zeit sind der Heilige Abend, Silvester und der 5. Januar, der in Tirol auch Gömmennacht genannt wird. An diesen Tagen wird heute noch das Haus ausgeräuchert, um sich vor Unheil zu schützen und um Glück zu erbitten für das kommende Jahr. Wusstet Ihr, dass die Vorweihnachtszeit früher schon ab dem Martinstag begann? Mit dem 11.11. begann die Fastenzeit und somit auch die Vorweihnachtszeit und die Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Man fing an zu backen, Lebkuchen, Gewürzkuchen, Stollen und Spekulatius. Diese wurden dann bis Weihnachten gelagert. Lebkuchen zum Beispiel in Steintöpfen und man gab zum Lagern einen reifen Apfel dazu, damit die Lebkuchen dann das Aroma der Äpfel annahmen. Und das Plätzchenbacken, eine beliebte Tradition, soll in den mittelalterlichen Klöstern erfunden worden sein. Dort war erlesenes Backwerk üblich, um der Geburt Jesu zu gedenken. Aber die Klöster haben die Plätzchen auch an sehr arme Menschen verschenkt, um diesen eine Freude zu bereiten. Und so wurde es zu einer beliebten Tradition, in der Weihnachtszeit Plätzchen zu backen. Ja, was leben wir denn noch an Traditionen? Der Weihnachtsmarkt oder Christkindlmarkt gehört ganz sicher dazu. Und wer hat ihn erfunden? Der Nürnberg ist ja weltbekannt und urkundlich, wird er das erste Mal 1628 erwähnt. Allerdings geht es noch weiter zurück in den Jahrhunderten. Der erste Nikolausmarkt fand 1310 Erwähnung und dieser stand in München. Aber auch der Dresdner Striezelmarkt hat eine sehr, sehr lange Tradition und ursprünglich waren all diese Märkte dazu gedacht, in der dunklen und kalten Jahreszeit die Bevölkerung mit notwendigen Lebensmitteln zu versorgen. Ja, heute stehen die Märkte für Konsum und Vergnügen. Ihr seht, manch Einbrauch ist schon länger Tradition als man denkt. Und abgesehen von den allgemeinen üblichen Traditionen in der Weihnachtszeit, also der geschmückte Weihnachtsbaum, der Adventskranz und das Plätzchen backen. Welche Traditionen lebt ihr in dieser Zeit? Und vielleicht begeht ihr diese Zeit ja auch völlig anders. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Zeit verlebt. Ich würde mich echt freuen. Und jetzt habt, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen!